So, liebe Heidi, ganz herzlichen Dank. So, liebe Freunde, wir kommen jetzt noch langsam auf die Zielgerade des heutigen Tages und die haben wir uns das, glaube ich, auch verdient. Ihr habt viel gehört, viele Fakten, viele Zahlen. Ich möchte fast sagen, es war eine Orgie an Argumenten, was sich hier alles in unserem Land und in ganz Europa ändern muss. Aber vielleicht ist die eigentliche Botschaft des heutigen Tages sogar noch wichtiger als diese Fakten. Uns hier in der AfD-Wetterau und mit allen, die uns unterstützt haben, geht es nämlich auch darum, dass wir Solidarität zeigen. Solidarität mit allen, die sich auf ehrliche und anständige Weise um eine Zukunft für Deutschland als ein deutsches Land kümmern und kämpfen. Der alte Solidarität braucht es und die fördern wir auch. So, heute jetzt, ich muss sowieso ganz, ganz vielen Leuten Danke sagen. Aber ganz besonders Danke sagen möchte ich diesem hübschen Kerl hier. Mike Monzek ist gestern aus Sachsen eingeschwebt. hat dieses wunderbare Mike Monzek Mobil mitgebracht, das uns hier mehr oder weniger den Hintern gerettet hat, weil wir ohne diese wunderbare Infrastruktur längst nicht so eine schöne Demonstration hinten durchführen können. Mike, ganz herzlichen Dank und jetzt bitte ich dich und das Schlusswort zu unserer Kundgebung. Also, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank und Respekt aus den Stuttgarter Arbeitern und den Obelagern. Jetzt, jetzt, jetzt machen wir Schluss. Wir haben gezeigt, dass wir da sind. Wo ist unsere Kandidatin für Hessen und wo ist der andere Kandidat? Herr Höfer, Erich, Erich ist schon weg. Ihr habt zwei gute Kandidaten. Ich bin der Sachsenmann, wir werden zusammen sehen, dass wir was wir machen können. Und die Leute, die in den Landtag gewählt haben, macht eins, verliert nie den Kontakt zur Basis. Ihr habt es gesehen, ihr habt eine super Truppe hier und Mike Monzek Mobil ist es nie. Wir machen das so, das ist AfD. AfD, beschoben Sie uns. Im Wort sind es Wort und jetzt, Schluss. Wir sehen uns zur nächsten Demo. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.